Hallo Freunde, willkommen auf dem Perfect Top Kanal, den Kanal, den ihr verfolgen solltet, um über die neuesten Amazon Produkte auf dem Laufenden zu bleiben. Heute geht es wieder einmal los mit einem neuen Hightech Top 5, diesmal mit den 5 besten Gesichtsreinigungsbürsten des Jahres 2024. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auf die kleine Glocke zu klicken, um weiterhin unsere neuesten Videos zu erhalten. Los geht's mit dem Video. Diese Reinigungsbürste ist ein praktisches und effektives Werkzeug für eine makellose Gesichtsschlägeroutine. Sie verfügt über einen 360 Grad drehbaren Kopf, der eine gründliche Reinigung bietet, um Unreinheiten, überschüssigen Talg und abgestorbene Hautzellen zu entfernen. Sie hat auch vier verschiedene Bürstenköpfe, drei Geschwindigkeiten und zwei Rotationsstufen, um sich allen Hauttypen anzupassen. Sie ist mit hochwertigen weichen Borsten ausgestattet, die die Haut sanft reinigen, ohne sie zu reizen. Diese Bürste ist auch wasserdicht, was ihre Verwendung unter der Dusche oder in der Badewanne erleichtert. Sie verfügt über einen wiederauflattbaren Akku, der nach einer vollständigen Ladung bis zu 30 Minuten Nutzungsdauer bietet. Mit ihrem ergonomischen Design, kompakten Format und einem Gewicht von nur 120 Gramm ist sie einfach zu bedienen und überall mit hinzunehmen. Diese Gesichtsreinigungsbürste ist ein Werkzeug für die tägliche Gesichtspflegeroutine. Ihr 360 Grad drehbarer Kopf bietet eine effektive Reinigung, um die Haut von allen Unreinheiten zu befreien. Sie verfügt über zwei Geschwindigkeiten und zwei Rotationsstufen, um sich an empfindliche Hauttypen anzupassen. Sie hat hochwertige weiche Borsten, die die Haut schmerzfrei reinigen. Sie ist auch wasserdicht für die Verwendung während der Pflege. Ihr kompaktes und leichtes Design, 94 Gramm, macht sie einfach zu bedienen und überall mit hinzunehmen. Sie stoppt automatisch nach einer Minute, um ein zu intensives Bürsten im Gesichtsbereich zu vermeiden. Insgesamt ist diese Gesichtsreinigungsbürste ein ideales Werkzeug für eine effektive und erschwingliche Gesichtspflegeroutine. Diese Reinigungsbürste ist ein revolutionäres Schönheitswerkzeug, das dazu beiträgt, ihre Haut gründlich zu reinigen. Sie bietet eine sanfte, aber effektive Reinigung, indem sie Schmutz, Unreinheiten und abgestorbene Hautzellen entfernt. Sie ist mit einem weichen und flexiblen Bürstenkopf ausgestattet, der sich den Konturen ihres Gesichts für eine effektive Reinigung auch in schwer zugänglichen Bereichen anpasst. Sie kann den Bedürfnissen aller Hauttypen gerecht werden. Neben der tiefen Hautreinigung durch die feine Schaumbildung hilft sie auch, die Blutzirkulation zu fördern, sanft zu peelen und das allgemeine Erscheinungsbild ihrer Haut zu verbessern. Sie verfügt außerdem über die beheizte Funktion, 43 bis 48 Grad, die eine sanfte Make-up-Entfernung in nur drei Minuten ermöglicht. Diese Gesichtsreinigungsbürste ist eine ausgezeichnete Investition für diejenigen, die ihre Hautpflegeroutine verbessern möchten. Diese Gesichtsreinigungsbürste ist darauf ausgelegt, ihre Haut einen strahlenden Glanz zu verleihen. Sie verwendet eine leichte Vibrationstechnologie, um Unreinheiten, überschüssigen Teig und abgestorbene Zellen zu entfernen, während sie die Blutzirkulation anregt und die Zellregeneration fördert. Sie ist mit einem weichen und flexiblen Silikonbürstenkopf und zwei verschiedenen Aufsätzen ausgestattet. Sie eignet sich für alle Hauttypen, auch die empfindlichsten. Neben der tiefen Hautreinigung helfen die Vibrationen auch, das allgemeine Erscheinungsbild der Haut zu verbessern, indem sie sie stimulieren und den Tar strahlender und gleichmäßiger machen. Diese Reinigungsbürste ist ein hervorragendes Werkzeug, um den Glanz ihrer Haut zu revitalisieren. Sie ist einfach zu bedienen, eignet sich auch für empfindliche Haut und liefert sichtbare Ergebnisse in kürzester Zeit. Diese Reinigungsbürste verwendet Schallpulsationstechnologie, um unsichtbare Reinheiten von ihrer Haut zu entfernen. Ihr weicher und hypoallergener Silikonkopf wird allen Hauttypen gerecht, auch den empfindlichsten. Sie verfügt über acht Intensitätsstufen der Pulsierung, um den Bedürfnissen aller Hauttypen gerecht zu werden, von der tiefen Reinigung bis zum sanften Peeling. Sie verfügt auch über eine Anti-Aging-Funktion, die dank ihrer Gesichtsmassagentechnologie dazu beiträgt, feine Linien und Falten zu reduzieren. Dank ihrer Wasserbeständigkeit kann sie unter der Dusche verwendet werden, auch während der Körperpflege. Insgesamt ist die Reinigungsbürste eine sehr gute Investition, wenn sie der Haut ihres Gesichts eine besondere tägliche Pflege gönnen möchten. So Freunde, wir sind schon am Ende dieses Videos angekommen. Die Links zu den einzelnen Produkten sind in der Videobeschreibung unten. Vergesst nicht auf den kleinen Daumen nach oben zu klicken, wenn euch das Video gefallen hat. Perfect Top sagt bis zum nächsten Mal für ein neue Hightech Top 5.